der komische ganz durch stand von scheiß ich muss da oben an den schalter lustig so schalter drücken aber wenn ich einen schalter verlangsam ist auch schwachsinnig viel zu spät oder kann ich hierdurch hier kann ich auch durch super auch schwachsinnig kommen ich würde halt mal deaktivieren bevor der stext jung aber er will es nicht so nochmal komplett von 0 schalter drücken und jetzt dadurch der will ich dadurch wird verändert na komm so viel sauerstoff habe ich jetzt echt nicht mehr viel zu spät jetzt 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 wunderbar ich muss mich weil ja repariert mal eure verkackten türen schön ich hole alles an sauerstoff jetzt mit schwer immer hier so da ist ein riss ok der ist direkt daran verreckt das kapiere ich nicht manche verreckten direkt daran die anderen mutieren oder wie da ist ein riss und da muss ich wohl auch rein wie wo muss ich hin zurück durch den riss ok es kennt mir gerade voll die hand ein ich kapiere schon wieder nicht was ich machen muss die kanister da irgendwie rauskriegen oder oder kann ich hier was ändern nö das einzige weil ich weiß dass ich gleich ersticken werde so ich komme hier nicht rein kann ich denn die kisten mitnehmen so funktioniert es ach hier ist wieder sicher ja ich wollte jetzt auch nicht hier stehen bleiben da ist noch eine kiste die sehe mich gar nicht schalten sie die außen verteidigung ab doch mal gemerkt dass hier einer wohnt mal gucken ja ach da ist noch mehr böse aber ich habe ja noch die hier die hilft mir auch noch durch ja ja schießt mal ins regal kein problem leute was dort noch muni haben keine allgemeinen muni kanister mehr hier hier waren die außenposten war ja das waren die eben und hier ist irgendwas abgeriegelt sollte ich aber durchkommen war hoffe ich mal ja doch so ja wo muss ich denn jetzt hin ich muss darunter ich würde mich aber hier gerne noch umgucken ach hier kommen die dann her okay ich verpiss mich mal besser okay hier geht die party ab ach du scheiße ach nochmal so ein fetti komm her der ist weg statt dass ihr euch bedankt ballert ihr noch auf mich das gibt es noch nicht und waren hier benutzen benutzen okay einen kleinen moment okay weiter geht's na komm her nein da tummeln sie sich in der tür das ist natürlich die dicke knarre leer das ist natürlich mega kacke da sind noch mehr wo wollen sie hin hoffentlich nicht zu mir die flitschen noch glücklich oben rum wo ist das letzte ganz fies da hinten noch mehr noch mehr komm du auch noch mehr na na uah haa groß gelände wieder ich würde hier zum transport zum kocher in wagen geladen diese wagen sind ihr weg hinein ja ich soll jetzt in so einem wagen oder wie böse viecher ja ja komm ich gar nicht dran geht doch rls 7 drücken und halten immer so ein lenkraketen nö lenkraketen will ich nicht vielleicht will ich lenkraketen doch für die fischereien da habe ich keine munition für angeblich nur kurzzeitig gut das ding hat ausgedient ja ja komm chillt mein nachbar ist echt zu kotzen ich krieg ein bären ausfälle er muss ein bären ausfälle ich kriege eine dose fleisch er muss eine dose fleisch kriegen ich kriege eine e99-kostinologie er kann sie sich nicht leisten voller erfolgt ich habe das mit dem nehme ich noch mit mach doch keinen quatsch hier mach doch keinen quatsch hier aus der zielfühlen ne und gar nicht verdammt das habe ich keine muni mehr für das ding kann ich hier auf altern lassen nö das geht nicht aber dich was nö auch nicht da ja geil keine deckung mehr keine muni ja das ist von einem aufschuss ne nicht die welt die nagelkanone will ich echt nicht außer wenn ich jetzt keine andere krieg nö kümmert euch um die mutanten nicht um mich da na boah verwischt mich so einer echt nur Ich will da rein, genau, schön. Boah, ohne Muni überlebt. Er kann hier gar nicht springen, Mann. Hat er Angst vor, will er nicht. Ach, ich kann mir die Deckung wieder zusammenbasteln. Hätte ich mal wissen müssen. Ja, geil. Finden Sie einen Riss. Kehren Sie so schnell, es geht nach 1955 zurück. Ich kann es probieren, ne? Wann haben wir denn? Ach, ich habe nur eins. Ist ja langweilig. Nein, hier will ich nicht hin. Komm. Hier ist alles leer. Noch mal so. No. 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 Untertitelung des ZDF, 2020